Ein wunderschönen guten Morgen ihr Lieben aus der Motorsport Arena Oppenrod. Insgesamt 24 Teams mit über 85 Fahrern kämpfen heute hier um die Krone, um den Titel. Wir suchen die Oppenrod Endurance Champions. Es wartet ein großer Wanderpokal auf die Gewinne und ich bin gespannt auf geile Race-Action, Teamplay und Adrenalin-Kur hier in der Motorsport Arena Oppenrod. Seid gespannt! Musik 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ja, sagt mal, wie war es heute, ein paar Impressionen, was sagt ihr so zum Rennen? Mega Rennen, Top Wetter gehabt, alle gut gefahren. Es hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Vielen Dank nochmal an Fifi, dass er das alles hier so organisiert. Das war schon ganz cool und wir haben es auf jeden Fall nochmal versucht spannend zu machen. Es ist ja auch langweilig, wenn man mit Vorsprung gewinnt. Deshalb habt ihr mich ja rausgeschickt. Ich muss den Altersdurchschnitt ja hochhalten, also alle drei Fahrer sind genauso alt wie ich. Aber sonst hat es Spaß gemacht. Wir haben alle Bock gehabt, wir haben alle das richtige Feeling gehabt und dann kommt eins zum anderen und wir waren alle vier, so wie wir hier stehen, am Sieg beteiligt. Ja, der Teamgeist war ja auch super, oder? War eine Teamleistung, absolut. Da waren wir im Kollektiv einfach schneller als das andere Team. Ja, alles klar, dann danke ich euch. Alles klar, dann danke ich euch. Danke, dass ihrических Sekunden haben. Jetzt haben wir einen